Sie hören Kretische Nacht, ein neuer Fall für Michalis Caristeas, von Nikos Milonas, gelesen von Martin Faldeik, ein Hörbuch des Argon Verlags. Hinter sich das dunkle Meer, über sich der sternenklare Himmel und ein Mond, der gerade erst über den Bergen aufgegangen war, und vor sich das wütende, überhebliche Gesicht des Mannes mit den teuren Hemden. Ein Mann, den er unterschätzt hatte. Er war sicher gewesen, sie würden sich bei einem Spaziergang einig werden, doch plötzlich hatte der Mann eine Waffe gezogen und ihn auf einen der beiden Felsen gedrängt, der zum Meer hin steil abfiel. Er wollte dem Mann in die Arme fallen, doch der schlug sofort zu. Sein Kopf wurde herumgerissen, er taumelte, spürte einen Tritt. Dann verlor er den Halt. Das Letzte, was er sah, war der Mond, dessen kaltes, helles Licht auf der Wasseroberfläche glitzerte. Dann prallte er mit dem Kopf auf einen Felsvorsprung, und es wurde schwarz um ihn. »Du versprichst mir, dass niemand davon erfährt«, vergewisserte sich Michalis. »Selbstverständlich, das habe ich dir doch schon versprochen.« Michalis nahm die Ringe aus der kleinen Schatulle, streifte sich einen über den Ringfinger und betrachtete ihn. Er hatte mit dem Juwelier einen Termin außerhalb der Öffnungszeiten ausgemacht, damit keiner mitbekam, dass er Ringe kaufte. Aus der kleinen Werkstatt hinter dem Verkaufstresen waren Geräusche zu hören. »Da ist doch jemand«, sagte Michalis. »Nur meine Schwester, aber die kann ein Geheimnis für sich behalten«, antwortete der Juwelier. Die Schwester des Juweliers. Wenn diese Frau auch nur einen Hauch von Ähnlichkeit mit seiner eigenen Schwester hatte, dann würde sich noch heute Abend in Chania verbreiten, dass der Kriminalkommissar Michalis Karisteas heimlich Verlobungsringe kaufte, während seine zukünftige Ehefrau für ein paar Tage beruflich in London war. Michalis betrachtete die Ringe ein letztes Mal, bevor er sie in die Schatulle zurücklegte. Er hatte Ringe ausgewählt, die grob gebürstet, kantig und ohne Stein waren. Irritiert hatte der Juwelier angemerkt, dass es sich um Herrenringe handelte, und er war regelrecht entsetzt, als er begriff, dass Michalis genau das wollte, und zwar den gleichen Ring für sich und Hanna. Er war sicher, dass würde Hanna gefallen, denn die Rollenverteilung zwischen ihnen würde nicht wie in einer traditionellen kretischen Ehe sein. Hanna würde nur Ja sagen, wenn sie nach der Hochzeit die gleichen Möglichkeiten wie vorher hatte und mehr als lediglich Mutter und Hausfrau sein konnte. Michalis machte einen Abstecher in die Wohnung in der Ordos Jorju Pesanu, versteckte die Schatulle mit den Ringen in einem seiner Winterstiefel und ging ins Athena, die Taverne seiner Familie. Seit Tagen fiel ihm dieser Weg immer schwerer, da ihn dort fragende Gesichter und skeptische Bemerkungen erwarteten. Wann ist Hanna endlich wieder auf Kreta? Warum ist sie ständig unterwegs? Hast du heute schon mit ihr gesprochen? Heute wurde Michalis jedoch fast euphorisch empfangen, obwohl das Athena am venezianischen Hafen von Chania voller Gäste war. Sein Bruder Sotiris, seine Schwester Elena und auch sein Vater Takis nahmen unentwegt Bestellungen auf und servierten Getränke und Gerichte. Ich komm sofort, rief Takis, und als seine Mutter Lukia sogar die Küche verließ, um ihren jüngsten Sohn Michalis zu begrüßen, befürchtete er, die Schwester des Juweliers hatte nicht geschwiegen. Wie war dein Tag? Willst du jetzt oder später essen? fragte seine Mutter und strahlte ihn an. Michalis nahm an dem Tisch Platz, an dem normalerweise Takis saß. Jetzt im Juli war die Promenade voller Menschen und im Athena jeder Tisch besetzt. Setz dich schon mal. Wir beide spielen eine Runde Tafli. Nikola kommt gleich und hilft. Dann werde ich nicht mehr gebraucht. Auch das verstärkte Michalis Eindruck, seine Familie könnte von den Verlobungsringen wissen. Nikola, die Frau seines Bruders Sotiris, kam nur dann zur Unterstützung, wenn jemand ausfiel. Und heute sollte Takis wohl Zeit haben, um im Auftrag der Familie etwas über die Hochzeit mit Hannah zu erfahren. Takis war ein herausragender Tafli-Spieler und Michalis kein ebenbürtiger Gegner. Auch deshalb war er sicher, dass sein Vater nur mit ihm spielte, um ihn dabei aushorchen zu können. Vielleicht war er auch von den Frauen der Familie dazu gedrängt worden, denn Takis spielte schlechter als sonst, da er sich eher auf das Thema Hannah und die Zukunftsplanung konzentrierte, als auf die Spielsteine. Er erwähnte einen Bekannten, dessen Sohn zur Hochzeit außerhalb von Chania ein Haus geschenkt bekommen hatte.